Wo ist Chris Böhm? Chris Böhm? Auf dem Scooter? Chris, kannst du mal kommen? Meine Kinder sind voll die Fans von dir. Ja, klar. Alles gut bei euch? Wo ist denn dein BMX? Im Auto. Soll ich meine drei Tricks zeigen? Wenn ihr die schafft, bekommt ihr was Schönes von mir. Ihr geht in die Hocke rein und jetzt freihändig. Wer am längsten rollen kann, hat gewonnen. Das hab ich geschafft. Einen nächsten Trick bekommt ihr die Poster hier. Die Flaschen. 20 Euro Taschengeld. Sehr gut gemacht. Und nur noch hier 20 Euro. Der dritte Move. Das sind die Hops. Ihr geht nach hinten und probiert gleichgewicht, während ihr hüpft, zu halten.